Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Ich werde auf neue Transfers eingehen und auf den Trainingsbeginn zu dieser Saison. Doch bevor ich damit beginne, wie immer der Hinweis, abonniert ganz gerne den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hier gibt es täglich Hertha BSC und Bundesliga News. Und wie ihr hier seht, seht ihr immer noch das FD-Show. Zwei täglich meine Videos schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne kostenlos den Kanal, like gerne dieses Video. Ich würde sagen, schnattern wir gar nicht mal so lange drum, sondern fangen direkt an mit der Transfer News des heutigen Tages. Und zwar betrifft es zum einen einen wahrscheinlich eher unglücklichen Transfer. Jean Thunariga bekommt Interesse international und zwar vom Girondi Bordeaux. Bordeaux zeigt Interesse und möchte Jean Thunariga verpflichten. Jean Thunariga ist 24 Jahre alt, ist ein linker Innenverteidiger mit einem starken linken Fuß. Und ja, man muss sagen, er ist 1,91 Meter groß und hat diese Saison nicht so wirklich viel Input auf unser Spiel genommen. Er hat fünf Einsätze in dieser Saison gesammelt, aber ist zuletzt vor allem in den Spielen gegen Stuttgart und ja auch gegen Dortmund wieder gut in Form gekommen. Er hat bereits 79 Mal für Hertha BSC gespielt und in diesen Spielen sechs Tore geschossen und fünf Vorlagen erzielt. Und ja, ist ja eigentlich in vielen Saisons als ein sehr talentierter und vor allem vielversprechender Innenverteidiger aufgefallen. Denken wir an die letzte Saison zurück. Vor allem in der Saison 18, 19 und auch meiner Meinung nach 19, 20 unter Bruno Labbadia. Hat er eine herausragende Form bewiesen, aber er konnte sich nie nachhaltig im Kader wirklich durchsetzen. Never. Also zu keiner Zeit hat er wirklich mal 10, 20 Spiele am Stunck hintereinander gespielt. Denn meistens hat er sich auch verletzt. Auch diese Saison ist er mehr als 10 Spiele ausgefallen aufgrund einer Oberschenkelverletzung. In den restlichen Spielen saß er meistens ohne Einsatz auf der Bank. Und grundsätzlich muss man sagen, mit Niklas Stark und Derek Beata, aber auch mit Martin Dahl herrscht enorme Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition. Und dass sich dort nachhaltig eine Person durchsetzt, ist relativ unwahrscheinlich. Zuletzt hat er unter Niklas Stark wirklich ein herausragendes Spiel absolviert. Gegen Dortmund herausragend gespielt. Nicht nur ein klasse Spielaufbau, sondern er hatte Erling Haaland wirklich in der Tasche. Erling Haaland hatte dort wirklich nicht eine einzige Chance. Und in diesem Spiel hat er bewiesen, was er für ein herausragender Innenverteidiger Jean Thunariga ist. Und man muss auch grundlegend sagen, unter Typhon Korko kommt er wieder ein bisschen besser in Form. Bereits gegen Stuttgart hat er zwar einige Fehler drin gehabt, hat er noch eine Vorlage gegeben. Und hat wirklich richtig gute Ansätze gezeigt. Meiner Meinung nach wäre ein Transfer eines Eigengewächses. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Jean Thunariga ist ein Eigengewächs bei uns. Und er liebt den Verein über alles. Und ich glaube, ein Transfer zu Jean-René Bordeaux wäre nicht so vorteilhaft. Zum einen muss man sagen, weil Bordeaux ein Verein ist, der selber auch schon bereits Javairo de Roson von uns verpflichtet hat. Und damit zwei Top-Talente von uns hätte. Und selber auf dem 17. Tabellenplatz in der Ligue 1 steht. Sehr viel, ich sage mal, einen sehr schlechten Spiel hat. Und auch eine Laie würde hier ja nicht zielführend sein. Der Trainer von Bordeaux ist Wladimir Petkovic, der ehemalige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Und ja, selbst de Roson kann sich dort nicht durchsetzen. Übrigens, Javairo de Roson hat in der Laie für Bordeaux bereits schon 15 Einsätze gesammelt. Das heißt, jedes Spiel gespielt und noch nicht einmal getroffen. Drei Vorlagen erzielt. Kann sich dort auch nicht nachhaltig durchsetzen. Und grundlegend muss man halt einfach sagen, dass Bordeaux zum Weiterentwickeln der Verein nicht wäre, wo er den nächsten Schritt wahren könnte. Meiner Meinung nach sollte Jean-Toron Ariga hier bleiben. Er hat hier das Potenzial, sich langfristig durchzusetzen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Das hat vor allem das Spiel gegen Dortmund gezeigt. Neben Niklas Stark und neben Derek Bujata hat er herausragende Leistungen gezeigt. Und auch, ja, Marthe und Dardy ist jetzt nicht die große Konkurrenz. Und zum einen muss man halt auch sagen, Jean-Toron Ariga, dieser Verein, jeder einzelne Fan steht hinter ihm. Denn jeder weiß, was er für ein herausragender Spieler ist. Und jeder weiß auch ganz genau, wie sehr er diesen Verein schätzt und liebt. Meiner Meinung nach sollte Jean hier bleiben. Aber der Wechsel, ja, der nach Jean-Toron Ariga ist erstmal nur ein Gerücht, Gott sei Dank. Und ich würde sagen, gehen wir direkt mal auf die nächsten Neuigkeiten ein. Was gibt es denn noch zu bereden? Denn heute, beziehungsweise auch schon gestern, ist das Training bei Hertha BSC wieder gestartet. Einige, ja, neue Gesichter waren zu erkennen. Zum einen, Fredrik Andrik Bujata konnte noch nicht ins Hertha-Training einsteigen. Natürlich zum einen, da dies ein Vertragsbruch ist. Und er hatte eine Fersenverletzung und wir bauen ihn jetzt individuell auf. So sagt es Korkut. Das heißt, Bujata fehlt erstmal. Derek Bujata wurde, ja, laut Hertha vor seiner Rückkehr nach Berlin positiv getestet. Und befindet sich daher in häuslicher Isolation und grundlegend muss man sagen, dass das Training wieder gestartet ist. Tywin Korkut ganz genau neue Trainingsmethoden verwenden könnte, die dann das Spiel, ja, in Zukunft besser gestalten lassen. Zum anderen kann man auch noch sagen, Lukas Klünter, unser rechter Innenverteidiger und rechter Verteidiger, ist wieder zurück im Mannschaftstraining. Und ich hoffe, dass er jetzt sich hier langfristig durchsetzen kann. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Bochum, das war sein letztes Spiel, dort hat er sich leider verletzt. Und ja, was sagte Tywin Korkut dazu? Die freie Zeit war nicht sehr lang, aber hat uns allen gut getan, um neue Kraft zu tanken. Und jetzt geht es auf dem Schenkendorfplatz weiter. Das hoffen wir mal. Ich glaube, das kann richtig gut werden, wenn wir jetzt hier konzentriert uns weiterentwickeln, wie ich das bereits gestern angesprochen hatte. Ja, dann steht einer Weiterentwicklung und einem Klettern auf dem Tabellenrang nichts mehr im Wege. Und ich würde sagen, ich beende das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert gerne den Kanal für tägliche Hertha BSC und Bundesliga News. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.